und zurück zu der last guardian so und letzten folge haben hier ein geheimweg freigeschalten oder was heißt geheimweg wir haben halt hier die drei ritter erweckt sozusagen und ja beim letzten ritter war so ein kleiner gang frei und da haben wir jetzt eine art geheimes fach fass nicht fach fass gegeben zum fressen und ich würde sagen geht es hier oben bestimmt weiter ich weiß nämlich springt er da durch ja auch spring durch oder muss ich da was durchgehen gehen wir mal hier raus aber ich glaube eher dass ich das mit ihm machen muss weil hier ist nichts ich komme ich komme ich komme ich komme hier kommt so zum ober von dem koloss wo springt jetzt hin da hoch vielleicht darüber ist eigentlich nichts oder da nach oben das versperrt wenn man schon wieder den anderen da das ist schon wieder so komisch das fass hier ok hier ist zu alles klar schauen wir mal wie es weiter geht der mutter bestimmt irgendwo da genau haben wir schon gesehen kommen wir hier hoch da kommen wir hoch ok so machen wir das mal auf ok das bleibt offen sehr gut das heißt ich kann hier auch durch nein es bleibt nicht offen aber ich kann ja trotzdem durch ich kann nochmal hier durch so ok da schon wieder das stinkende fass so stinkendes grünes zeug ok 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 das heißt ich kann hier hoch nochmal wo ist denn er schon wieder hin hä Trico Trico ah da unten ist er ok ok muss ich jetzt da runter oder muss ich da nicht runter ich muss da runter ok ich muss da runter ok ich verantworte die frage ich verantworte die frage okay hier geht er aber nicht weiter das war schon mal in einer anderen Folge so da mussten wir auch das wegschieben weil er da nicht weiter geht weil er da nur dran schnüffelt so schauen wir uns das erstmal an schauen wir uns das erstmal an ich muss das bestimmt hier hochziehen alter ok das geht nicht so geht das nicht ich kann es aber schieben jetzt mal von der seite runter schiebt er doch niemals oder ok ok jetzt geht er aber wieder zurück das heißt funktioniert so nicht hier werden schon weichen muss ich die weichen anders stellen da ist ein hebel komm ich da rein ok 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 das heißt ich muss doch schauen ob ich das von ihm hier machen kann da muss er auch kommen ok schauen ob ich die weichen hier umstellen kann Okay, alles klar Oh, nicht klar Warte mal, hier ist noch eine Brücke Geht's denn noch woanders hin? Ne Schieben wir das mal geradeaus durch Oh mein Gott Oh mein Gott Wann sind wir jetzt denn hier? Wann sind wir denn hier gelandet? Okay dann Kommen wir da hoch? Ne, da kommen wir nicht hoch Warum soll ich das hier reinschieben? Kann mir fast nicht vorstellen, ne? Hey Hey Es ist eigentlich nichts, oder? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Genau, komm, steck mal den Schwanz hier rein. Nein, geht mir das jetzt schon wieder nicht. Okay. Okay. Ich bin schon klar, dass ich es ohne Hilfe nicht verlassen kann. Das wäre aber eh genau drunter. Zickt er schon wieder rum. Ich bin schon wieder rum. Ich bin schon wieder rum. Schieben. Da wären schon so morsche Bretter. Ich bin schon wieder rum. 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 Komisches Rätsel. Ich bin schon wieder rum. Ich bin schon wieder rum. Komm, komm. Geh doch da hinten lang jetzt, komm. Ich bin schon wieder rum. 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 Oh, 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 oh. ok Okay, das ist ein Fass. Okay, alles klar. Was macht ihr denn? Sollts nach vorne schieben, Mensch. Also das ist ja wirklich teilweise richtig blöd gemacht. Oh Mann, Mann. Okay, Fass hier. Platzieren. Okay, mehr auf. Nein, mein Gott. So, ich lauf ganz normal, komm. Jetzt nimm's halt. Schauen wir mal, wer noch irgendwo in der Kiste ist. Ne, hier ist keine Kiste mehr. Oh. Geht doch. Okay, hier scheint es nicht weiterzugehen. Eine Art Balkon oder sowas. Ah, da oben ist ein Loch. Okay. So. Und hoch mit dir. Komm. Komm, komm. Nein, geh halt. Wo geht's? Ach. Ach. Komm, komm. Dreh dich. Andersrum. Ach. Wir sind die Königin! Ah, schau! Geht mir doch der Hauptmensch! Wir sind die Königin! Was macht ihr denn? Was machst du denn? Was macht ihr denn? Ah, das nervt! Schau mal auf den anderen Balkon da! Vielleicht ist doch noch ein Fass, das irgendwas zu fressen braucht! Okay, hier gibt nichts auf! Hier ist aber auch nichts! Ja, du bist jetzt ordentlich mal da! Ja, du bist jetzt ordentlich mal da! Okay, jetzt sind wir schon mal hier! Sehr gut! Okay, jetzt sind wir schon mal hier! Jetzt muss ich bloß mal schauen! Wo sie hier weiter geht! Kann man sie irgendwie hangeln hier? Die Brücke darüber vielleicht! So! Das ist zu! Aber ich glaube, ich könnte hier runter, oder? Das probieren wir jetzt mal! Das probieren wir jetzt mal! Aber erst gehen wir da rüber! Vielleicht ist ja hier hinten noch irgendwas! Ich glaub's zwar nicht, aber... Können wir hier auch gehen, oder? Ja, okay, hier ist nichts mehr! Gehen wir da runter! Die Kuppel da drauf! So, okay, runter! Und... Da! Okay! So! Okay, dann sind wir hier drauf! Und schauen wir mal weiter! Und die Aussicht nochmal anschauen hier! So ein riesen Graben ist das, gell! Als wenn... Ja, so eine Art Nest halt! Ja, so eine Art Nest halt! Okay! 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 Das ist klar! Oh! What the fuck! Da kann man nicht lang gehen, wenn hinten ist ein Ridi! Da kann man nicht lang gehen, wenn hinten ist ein Ridi! Ich weiß eben nicht, ob ich den killen kann, oder sonst... Ich weiß eben nicht, ob ich den killen kann, oder sonst... Na ja, hier geht's nicht weiter... Okay! Das heißt ich muss an den Dachen fast vorbei! Irgendwie! 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 Okay, ich wäre wahrscheinlich sterben! Nein, was ist denn das? Bitte macht euch jetzt auf den Tunnel drinnen. Okay. Jetzt einfach weg. Oh! Kommt der hier rüber? Oh my god. Oh my god. Bring it. Oh fuck Trico Oh man 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 Oh sind ganz schön ein paar Schockmomente muss ich schon sagen Aber auf jeden Fall Sehr sehr spannend Blub Ja brav Braav So Wo müssen wir jetzt hin Wo müssen wir jetzt hin Darüber Gib mir einfach mal Wie viel Vielleicht springt der irgendwo hin Okay Er mag nicht Darunter vielleicht Okay Schaut schon mal schlecht aus Wer guckt auf jeden Fall schon mal Schaffst du Komm 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 und das ist da rüberkommend Wir sind der Kweezy. Wir sind der Kweezy. Okay, da kann man auf jeden Fall hoch, aber da ist noch die Tür zu. Okay, schauen wir einfach mal hier rein. Hier ist auf jeden Fall mal die Tür zu. Das heißt, wir kommen hier nicht... Wir kommen hier nicht weiter. Aber... Unten war offen. Das heißt, wir gehen runter. Wenn ich hier nicht sterbe... Geh einfach mal hier rein. Vielleicht sieht es hier besser aus. Okay, das ist auf jeden Fall eine Art Arena hier. Auf jeden Fall... Oh mein Gott. Eins, zwei... Drei, vier... Okay... Gehen wir mal da runter. Ja. Ich denke wir wollen wir den hier machen... Ich höre mal gut aus. Alles klar. Let's go! Yo, baby. Läuft, würde ich sagen. Ja, es geht jetzt eigentlich. Wenn wir jetzt anstürmen, geht es auf jeden Fall jetzt leichter. Man kann sich wenigstens etwas verteidigen, sage ich mal. Besser wie vorher. Jetzt muss ich aber schauen. Es müsste bestimmt irgendwo einen Schalter geben. Ruhig. Naja, das guckt ja aus. Ich schaue jetzt mal, wo sie weiter geht. Es gibt bestimmt irgendwo einen Schalter oder sowas für die obere Tür. Die haben wir vorher gerade gesehen. Die war ja verschlossen. Hier komme ich nicht durch. Aber was ist das da oben? Was ist das denn? Okay. Okay. Komm her. Nein. Vielleicht kann der mich da irgendwie hoch bringen. Der steht wieder Pfeile drin da. Lass mich mal schnell die Pfeile rausziehen. Ja, gut. Also noch irgendwo einen drin. Da muss ich hoch. Oder? Da ist alles zu. Hier ist alles zu. Hier ist alles zu. Oben ist auch zu. Oh. Okay. Können wir da ran hin? Ne. Okay. Okay, okay. Lass ich überlegen. Da ist der eine Schalter. Komm. Komm her. Schauen wir mal hier hoch, wie vielleicht da irgendwie was anderes ist, was wir machen können. Okay. Was macht ihr denn jetzt hoch da? Jetzt schaue ich erstmal hier rum, ob es hier irgendwo was gibt oder sowas. Eine Riesen-Arena, ist ja Wahnsinn. Ja, Trico. Alles gut, ich will bloß hier oben alles kontrollieren. Ah, okay. Stopp dir das, komm. Oh, steck'em. Oh, steck'em. geht doch es geht doch wahrscheinlich wird die ganze zeit zu dem ding ihr hinst aha siez y adi chi auch ihm oi drich kona adet wie ariet is odana Was ist das? Geht hier! Wo sind wir? Oh, mach du den. 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 Kann man mal schauen ob das oben jetzt Jetzt gehen wir mal raus schon, ach da kommen wir wahrscheinlich jetzt nicht mehr hoch oder, wenn der hier unten bleibt Weiß ich nicht mehr ob das Ding jetzt da auch auf, dann ist da oben ein Ah, okay, ist zu. Mal runtergehen. Nein, geh halt runter. Lass runtergehen. Okay, da geht's nicht weiter da oben. Hier wird es weitergehen, ne? Aber das ist so ein Ding, vielleicht kann der mich doch hochkatapultieren oder eben so. Halt die ernste Wege, den Junge mit dem... ...und die Befehle zu geben. Alles klar. Oh mein Gott. Okay Leute, ich würde sagen, wie es dann weitergeht, schauen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge an. Bleibt dran, dann verpasst ihr auch nichts. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen oder einen Daumen nach oben. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, euer Andi.